So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Ja, jetzt speichert es endlich wieder. Ich habe hier eine Stellung gefunden und ich habe gerade ein ziemliches Stück nochmal spielen müssen. Nehmen wir die Bananen mit. Nein, nur die großen, nur die großen Bananen. Geh weg da. Weg! Weg! Nein, wir nehmen gar keine Bananen mit. Die wir nicht unbedingt... Ne, brauchen wir nicht unbedingt. Die Münze toten aber schon. Los, geh weg! Los! Nein, nein! Nachkommen ist nicht so schlimm. Speichern! Ja, ich muss mich gar ein bisschen konzentrieren. Los, los, los! 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 Los doch! Los doch! Wie? Gibt's doch nicht. Das ist mir egal. Los, schwimm doch! Los! 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 Oh! Schwimm! Und speichern! Safe. Ja. Los. 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 Obwohl, wir können die Münzen eigentlich noch gebrauchen. Speichern. Ach komm, das ist mir jetzt egal, sonst kommen wir hier nie durch. Wenn wir jetzt nicht ein bisschen Gas geben, kommen wir hier sonst nie weiter. Wo müssen wir hin? Ach so, der Pfeil hat uns ja schon... Los. 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 Ich denke mal, wir müssen nach oben irgendwie. Ja, gut. Speichern. Puh. Man sieht schon, das geht ein bisschen sehr auf... ...Rennen. Je mehr... ...je näher man dem kommt. ...dem Ende, sag ich jetzt mal, obwohl das eigentlich noch lang nicht das Ende ist, je näher man dem Ende entgegenkommt... ...obwohl, so lang da hat es auch nicht mehr, desto... ...schwieriger werden die Levels... ...und desto trickreicher werden sie auch. ...nein! Geh weg! Diese verdammte Kugelwisch! Geh weg! Nein! Ich hoffe mal, ich hab hier... ...n Fass. Ne, komm, ist egal jetzt. Mist, Bananen, ja, ich wollte das Leben... ...ah, Mist! Mensch! Na ja, egal. Wir sind ja nicht so auf... ...ne, auf Leben fixiert. Ich mein, das brauchen wir ja nicht unbedingt. Jut, jut, das nächste. Hoffentlich läuft die Zeit überhaupt mit. Und ich hab ja schon lang keinen Donkey Kong Country mehr aufgenommen, muss ich sagen. Also in der Woche ist das mindestens schon her, Minimum. Was willst du? Nein! Okay, jetzt weiß ich, wie's funktioniert. Die nehmen wir mal mit. Hä? Wie sollte eigentlich funktionieren... ...der Ballon? Hä? 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 Versteh ich jetzt irgendwie nicht. Oh, so schon mal nicht. Wäre jetzt doof, wenn wir das Mädchen dazu bräuchten. Nein! Ganz ruhig bleiben. Hä? Und jetzt? Ich probier mal alle Tasten durch. Na, die laufen. Und jetzt? Gibt's da irgendwie einen Trick? Ah? Und jetzt? Ich bin' halt vorbei. Nein, nicht! Ich glaube, ich weiß, wie es funktionieren könnte. Ich bin mir aber nicht so sicher. Die Steuerung ist aber in diesem Fall... Boah, ist die schl... Bescheiden. Naja, geht. Ist eigentlich ganz einfach. Man hält einfach Z gedrückt. Und schwebt einfach hier rüber. Ist eigentlich very easy. Ich dachte schon, ich brauche die Lady hier dafür. Ah, hallo! Mist. Ich müsste einen opfern. Mist. Wie soll ich das hinkriegen? Zack und weg mit dir. Genauso. Hallo, Rio! Ach, du Sch... Ach so. Jetzt! Drüber, drüber, drüber! Und weg mit ihnen. So ist schön. So ist gut. Einfach Z gedrückt halten und die Pfeiltaste nach rechts. Singen wir. Wir singen tatsächlich. Ja gut, wir haben die Münze. Ja gut, wir haben die Münze. Auf Wiedersehen, meine Herren. Und das war's auch schon. Unsere kleine Rundreise endet hier. Bitte alles aussteigen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier. Wir sind hier hin. Wir sind hier.